Hallo und herzlich willkommen zur 4. Folge Pharoah. Ich hoffe es klappt, ihr seid schon Bilder und so. So, ich passen, ich habe einen Test gemacht und ja, ich stand drauf. Ich glaube, ich habe einen Overlayer, bin aber unsicher. Es ist ein Overlayer, ich glaube nicht. Ich würde eigentlich gerne auf Spawn warten, wenn ich ehrlich bin. Scheiße! Äh, ja, äh. Ich bin mit Lebeemod getroint. Das würde einen Stripe geben. Ähm. Ja, ich bin jetzt wieder hier mit normalen Minecraft und ich schaue ihn wieder. Das ist jetzt sehr ungewöhnlich. Ich werde gesniped werden. Ah, das ist jetzt echt scheiße. Ich muss den Regen also stellen. Wir spielen hier ein wenig, die wir mit der Schotthuhe machen. Wir haben danncı, die Schotthuhe es gibt. Ich werde gerne mal auf. Also, wir haben es keine Schotthuhe. Wir sehen uns, dass wir hier, wenn wir die Schotthuhe machen können. Wir sehen uns, dass wir hier die Schotthuhe machen können. Hier. Wir sehen uns, wenn wir immer wieder alle Schotthuhe machen können. Ja, das ist jetzt echt richtig scheiße. Mann, warum bin ich auch so ein Idiot? Ich join einfach mit. Ja, okay, wenn ich jetzt nicht wegen der vorherigen Folge rausgestrikt werde, dann bekomme ich hier schonmal einen Strike. Aber ich glaube, das ist ja erstmal für Warnung ein Strike. Das heißt, das wäre nicht mal so bad. Das Ding ist, das wäre mein erster Strike, den er war überhaupt. Und das dann einfach in so einem wichtigen. Dann merkt man, dass ich doch zugeschrieben werde. Ich glaube, ich finde das sogar klein. Habe ich überhaupt schon Leder? Natürlich nicht. Ja, ich brauche Pür und Sugarcan. Wenn ich jetzt wieder nichts finde, das wäre ja anders traurig. Wenn ich in Brandstuhl bei den Leuten war. Natürlich war ich in Brandstuhl bei den Leuten. Das ist eine vierte Folge. Ich hätte erst länger umbleiben müssen, aber da waren halt Leute. Das war halt anders unangenehm. Das war mein Fehler. Dann muss ich wieder kommen. Also im Prinzip, wenn die Folgen davor mitgezählt werden, wäre ich jetzt raus. Aber da bin ich mir unsicher. Ja, endlich mal Leder. Das ist neu. Was. Und ich brauche Sugarcan für den Endschirps. Und wenn ich den Endschirps habe, würde ich vielleicht gleich runter gehen. Wieder. Und mit Fuldi fahren. kann doch eigentlich auch nicht so schwer sein oder ich muss mir das halt echt erfahren erfahrt man nicht es ist auch lustig schule keller freilter gar kein bock Hier war bestimmt überall irgendwelches. Eine kleine Nase, wo macht ihr Lust? Also sollte es eigentlich im Hintergrund nur noch rauschen und nicht mehr dieses komische Bild sein. Ich glaube, ich habe das geklärt. Oder es liegt einfach daran, dass ich mit normalem Minecraft-Spiel da ist da einfach, ob es nicht draufklar kommt, dass es nur mit Leppimuth funktioniert. Aber das kann ich nicht sagen. Das wäre nämlich unvorstellbar. Oh Scheiße. Ah, Sugar-Ketten! Oh mein Gott, das ist nicht. Eine Waffe gewonnen. Oh mein Gott. Das wär so treuig gewesen. Hätte ich einfach Folge 4 aber noch kein End gehabt. Ich muss fooden. Shit. Ich versuche noch mehr Sugar-Ketten. Ich kenne schon den Titel der letzten Folge, ob das überhaupt noch Sugar-Ketten. oder ein bisschen Gespannung zu haben im Titel. Habe ich nach der vierten Folge End? Ich werde noch Falk gefragt oder sowas. Ach egal. Ich glaube schon, wir haben das Scheiße. Das sieht aber nicht an anderen. Oh mein Gott, ein Sumpf. Hier muss doch bestimmt noch irgendwo Sugar-Ketten sein. Aber in dem Sumpf waren bestimmt noch die ganzen Leute schon. Nee, da steht Zuckerrohr. Pfeiler. Gönn Pfeiler, please. Ja, okay. Soll ich vielleicht echt mehr wie Pfeiler? Die haben halt eben schon A3. Wenn ich mit keinem Platz weiter ankomme, bin ich halt instant down. Dann ist halt anders erstmal Full-Algen genommen, wenn ich dann vielleicht auch selber Shop 3 Algen hätte. Ja, aber jetzt werde ich die Folge nicht mehr schaffen. Aber rein theoretisch könnte ich Nether gehen. Nein, ich warte, Nether ist noch zu. Schade. Ich gehe auf jeden Fall dann Nether, wenn man Nether darf. Ja, nice. Ich habe Zuckerrohr. Einfach Varu durchgespielt. Aber hier ist mir mal ein Führer, das mal ist. Und das wäre mir lieber ein bisschen mehr Schade reingehaut, ne? Ich bin aus den Minuten. Et ihr darfst mehr drauf, John. So lohnt es sich gar nicht mehr, wieder spawnen zu gehen und zu schauen, ob jemand chillt. Oh Gott, das wäre jetzt peinlich geworden. Ja, nice. Leute, das war doch nur eine Chance. Da gehen wir gleich runter, hätte ich gesagt. Leute, das hat doch nur eine Chance. Nicht gleich zu versagen. Im ersten Fall. Ja, es geht doch auch um den Blutrauschwege, oder? Man braucht einen Kill für den Finale. Da ich ja nicht Solo bin, brauche ich insgesamt eh mal einen Kill. Das ist bei dem Schaffen. Ein Fall. Weil jeder denkt sich so, ja Bruder, das ist los und das ist scheiße. Keine Ahnung. Ähm. Da wollte ich eben mich verhalten, aber ich würde dann merken, der Bruder, der war ja schon nach zwei Folgen, drei Viertel. Ja, okay, aber ich bekomme das Strike und vielleicht, vielleicht sollte ich mich auch nicht zuock freuen, weil ich vielleicht auch das Strike habe. Oh Gott! Und schon. Deswegen. Abwartung! Oh, ja. Das ist viel. Oh, ich hab 18. Stubanke. Da hinten steht noch mehr. Ja, okay, dann ruhig mal das da hinten noch und dann gehe ich. Dann gehe ich mal schauen, was ich mache. Okay, der Mann kräft da. Einmal was cooles ausprobieren, ja, hat egal. Dann muss ich den Kopf entflangen. Okay, dann brauche ich mich jetzt für ein bisschen dran. Hier brauche ich jetzt Food und so. Hier mache ich End. Obwohl, ich hätte noch mehr Holz mitnehmen können. Dann mache ich die nächste Folge, weil ich jetzt einfach mal schauen, was ich den Endstoff fertig bekomme. Oh nice! Endlich stuffed! Endlich nicht schneller, doch noch ist keine Ahnung was. Ah nice! Okay, geil. Mein Gott, Experte. Sieben Bücher. Oh mein Gott, ja. Dann schauen wir. Dann noch gleich einen Anpass machen. Wunderbar. Oh, das nehme ich mit. Ja, okay, Bruder. Fühle ich. Fühle ich ganz stark. Okay, dann muss. Wortbuch. Ja, okay, Bruder. Ich muss mir gerade wissen, was wir gerade sehen. Alles, was wir gerade sehen. Ja, jetzt schön. Wenn ich nicht raus die 2.200, oder? Ich hab ne Schaub 3, in Half-Pur 2. Herr Digga, was fällt mir auf einmal los? Also wenn der Nedder im nächsten Film schon offen sein wird, dann geht der Nedder. Ja, und wenn ich dann nicht verstand. Ich hab den Bonn auf ihn schon offen offen. Ich hab den Bonn auf ihn schon offen offen. Ich hab ihn schon offen offen offen. Okay, erläuse dann auf einmal ne Chance. Ich bin auch dann auf dem Server. was fühle ich schaum nur wegen dem 1-2 aber ja sonst tschau